DP Audiobooks präsentiert Fake for Seven Days Ein sündiges Angebot von Rebecca Baker Gelesen von Jessica Neumann und Uwe Thoma Wir wünschen viel Freude beim Hören. Kapitel 1 Isabella Verdammt nochmal, was soll denn das? Fluchte ich lauthals und starrte erbost auf den silbernen Mercedes, der gerade elegant in eine Parklücke einscherte. In meine Parklücke. Ich hatte sie vor wenigen Sekunden erspäht, den Blinker gesetzt und damit die Parklücke für mich beansprucht. Einparken war die schwächste meiner schwachen Seiten, aber bei dieser großen Lücke hatte ich vielleicht eine Chance. Hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Wütend drückte ich auf die Hupe. Der Mercedes-Fahrer ließ sich davon nicht beirren. Er hatte das Auto innerhalb kürzester Zeit in die Parklücke manövriert. Jetzt stieg er aus und grinste sein Fahrzeug zufrieden an. Wütend ließ ich mein Fenster herab. Kalte New Yorker Winterluft drang in mein Auto. Sie haben mir eben die Parklücke geklaut. Ich wollte hier parken. Haben Sie mich nicht gesehen? Ich habe geblinkt. Der Mercedes-Fahrer sah sich um. Als er mich hinterm Steuer meines kleinen Autos erblickte, grinste er. Tja, Pech gehabt, Lady. Seien Sie beim nächsten Mal einfach schneller. Dann müssen Sie sich nicht über mich ärgern. Pfeifend ging der Mann davon und kümmerte sich nicht weiter um mich. Sprachlos starrte ich ihm nach. Das war der Gipfel der Unverfrorenheit. Diesem Blödmann hast du es zu verdanken, dass du zu spät zur Arbeit kommst, Isabella. Und was dir dann blüht, weißt du genau. Ich wollte lieber nicht daran denken. Vielleicht würde ich es doch noch rechtzeitig an meinen Arbeitsplatz schaffen. Schnell legte ich den ersten Gang ein und fuhr weiter. Langsam scannte ich den Straßenrand nach einem anderen freien Platz für meinen kleinen grünen Toyota, der schon einige Jahre auf dem Buckel hatte und entsprechend verbeult war. Er hatte bereits nahe Bekanntschaft mit Blumentrögen aus Beton, Mauern und Schildern gemacht. Ich war keine besonders gute Autofahrerin. Einparken gelang mir nur, wenn mindestens ein kleiner LKW in die Parklücke gepasst hätte. Ein teures Abonnement in einer der New Yorker Parkgaragen konnte ich mir nicht leisten. So suchte ich immer wieder aufs Neue einen passenden Parkplatz. Da! Erleichtert atmete ich auf. Eine Lücke, direkt vor mir. Zu klein, sagte ich laut zu mir selbst und fuhr weiter. Ich hatte mich zu früh gefreut. Oder hätte ich es doch versuchen sollen? Ein besserer Fahrer als ich hätte den Toyota wahrscheinlich hier parken können. So langsam wurde ich unruhig. Ich brauchte einen Parkplatz, sonst würde ich wirklich zu spät zur Arbeit kommen. Und das würde meinem Chef gar nicht gefallen. Bei dem Gedanken an das bevorstehende Donnerwetter verspannten sich meine Schultern und an meinem Haaransatz bildeten sich kleine Schweißtröpfchen. Nervös fuhr ich weiter um den Block. Nichts. Nicht der kleinste Hauch eines freien Parkplatzes. Schließlich bog ich rechts in eine kleine Seitenstraße ein. Vielleicht hatte ich hier Glück. Nach einigen Metern hielt ich an und blickte angestrengt nach links und nach rechts. Wieder nichts. Enttäuscht wollte ich weiterfahren, als an einem großen Ford rechts vor mir die Lichter angingen. Angespannt wartete ich, ob sich das Auto bewegen würde. Die Parklücke sah groß aus, genau richtig für mich. Ich hatte ohnehin keine Wahl mehr. Ich musste hier parken. Mein offizieller Arbeitsbeginn war... In einer Minute. Ich würde wieder zu spät sein. Und mein Chef würde mich zusammenfalten. Ich biss mir auf die Lippen. Vielleicht hatte ich Glück und würde meinen Platz erreichen können, ohne auf dem Weg dahin meinem Chef zu begegnen. Der Ford fuhr aus der Parklücke und ich setzte rasch den Blinker, bevor mir wieder jemand zuvorkommen konnte. Zuerst versuchte ich vorwärts einzuparken. Das gelang mir meist besser, denn es war immerhin nicht ganz so kompliziert wie rückwärts. Doch als die Räder meines Autos den Bordstein berührten, brummte ich verärgert. Mist. Wieder nicht den richtigen Winkel getroffen. Oder nicht richtig eingeschlagen. Oder irgendwas nicht richtig gemacht. Die Liste an Fehlern, die man beim Einparken machen konnte, schien endlos. Mir unterliefen sie alle. Wieder und wieder. Jetzt klappte zum Glück mein zweiter Einparkversuch. Erleichtert schaltete ich den Motor aus und griff nach meiner hellgrünen Umhängetasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Liegen sollte. Wo war das verdammte Ding schon wieder? Ich hatte erst vorhin geschlagene 20 Minuten lang nach der Tasche gesucht und sie neben der Wäschebox im Bad gefunden, statt an der Garderobe. Jetzt blickte ich eilig unter den Sitz. Nichts. So groß war doch diese verdammte Karre nicht. Hastig stieg ich aus und öffnete den Kofferraum. Dort lag die Tasche, als würde sie jeden Tag dort liegen. Dabei legte ich sie immer auf den Beifahrersitz. Was? Eigentlich. Ich musste sehr in Gedanken gewesen sein, als ich sie in den Kofferraum gelegt hatte. Erleichtert schnappte ich meine Tasche, hastete die kleine Seitenstraße entlang, so schnell es nur ging, und bog an ihrem Ende rechts ab. Gleich würde ich meinen Arbeitsplatz erreichen. Ein bekanntes Fünf-Sterne-Hotel an der Crosby Street, einer ruhigeren Straße am Rande des quirligen New Yorker Viertels Soho. Ich arbeitete gerne hier, denn wir hatten Gäste aus aller Welt. Touristen, Geschäftsreisende und Künstler, die sich von der New Yorker Atmosphäre inspirieren lassen und ihren Aufenthalt genießen wollten. Nervös sah ich auf die Uhr an meinem Handy. Scheiße, mein Dienst an der Rezeption hatte vor über 15 Minuten begonnen. Normalerweise betrat ich das Hotel durch den Diensteingang, doch da der sich auf der Rückseite des Hotels befand, würde mich das zusätzliche fünf Minuten kosten. Entschlossen steuerte ich auf den Haupteingang zu, der eigentlich Gästen vorbehalten war, und eilte mit einem freundlichen Nicken an Jim dem Portier vorbei. Drinnen empfing mich die ruhige Atmosphäre, für die unser Hotel bekannt war. Aus den Lautsprechern an der Decke ertönte gedämpfte, klassische Musik, und meine Kollegen eilten nahezu lautlos an mir vorbei. Ich hatte mich noch nicht umgezogen, und meine Straßenschuhe quietschten unangenehm laut auf dem blankpolierten Boden. Mist, ich hätte doch den Hintereingang nehmen sollen. Isabella, endlich! Meine Kollegin Gina blickte vorwurfsvoll auf, als ich zur Rezeption eilte. Wo warst du denn so lange? Ich habe keinen Parkplatz gefunden. Tut mir leid, entschuldigte ich mich für meine Verspätung und wollte weitergehen. Hinter der Rezeption führte eine Tür in den Personalbereich. Dort warteten meine Uniform, mein Namensschild und andere Schuhe auf mich. Dann fahr das nächste Mal eben früher los! Gina hielt mich am Arm fest und ging gar nicht auf meine Worte ein. Nie bist du pünktlich! Das... Ich setzte zu meiner Verteidigung an, unterbrach mich dann aber. Worte brachten mich hier nicht weiter, so viel hatte ich schon gelernt. Gina war eben Gina und ich musste sie so nehmen, wie sie war, wenn ich diese Stelle weiterhaben wollte. Und das wollte ich. Der Job im Hotel war ein lang gehegter Traum von mir, für den ich hart gearbeitet hatte. Noch vor einem Jahr hatte ich im Laden meiner Freundin Liana gearbeitet und dort erst Cupcakes und später Hochzeitstorten verkauft. Den Umgang mit den Kunden hatte ich sehr genossen, aber ich kannte mein Ziel. Ich wollte in einem Hotel arbeiten und noch mehr in Kontakt mit Menschen aus aller Welt kommen. Liana war mir zum Glück nicht böse gewesen, dass ich meine Stelle bei ihr verlassen wollte, sondern hatte meine Pläne unterstützt. Ich hatte einen Abendkurs besucht und dann lange nach einem passenden Job gesucht. Zuerst gab es für mich nur Angebote von drittklassigen Absteigen, die nach einer billigen Putzkraft suchten. Doch nach einigen Monaten hatte ich endlich die Stelle hier an der Crosby Street gefunden. Bei der Erinnerung lächelte ich glücklich. Es ist wirklich nicht lustig, dass du ständig zu spät bist, keifte Gina. Miss Abbott? Bevor ich zu einer Antwort ansetzen konnte, ließ mich eine schmierige, ölige Stimme hinter mir zusammenfahren. Ja? antwortete ich widerwillig und drehte mich um. Ich blickte direkt in die kleinen Schweinsäuglein meines Chefs Emmett Kershaw. Bei seinem Anblick schluckte ich und es fuhr mir eiskalt über den Rücken. Ver sim实 als wenn ich nicht. Zusätzlich hat das ganz Monitor aus sich. Unsere Fall ist ein Wind čら. giraffe mal am besten in die Schnoibung. Aber diese mortar hand if es zu curves. Da sindweeker Charakter in der Pistelche abging im Lauzision. Untertitelungssch dishon 오른�ys zu formulieren. Mazie va Optik.